hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ein herzliches willkommen mit wem das habe ich versprochen habe jetzt habe ich endlich meinen kollegen wie daraus polin dabei exportieren lassen für 50.000 credits und jetzt ist er wieder in meinem team ich freue mich dass er da ist und darauf einen applaus bitte das war der applaus für dich wenn tote was sagst du dazu dass du wieder bei mir ein trupp ist freust du dich oder denkst du dir ein mädchen scheiße er findet es geil da kann ja nur sagen jetzt habe ich keine granaten mit du kannst nicht sehen das weißt du lol zwei leute noch und für was janik fessen janik okay ich kannte mal ein janik da kommt aber nicht aus rainbow sondern kommt aus rainbow aus bitte er aus arm okay sie kommt von dort telefon ehrlich jetzt das telefon er bist du tot man du liebst ja noch guck mal in der kem sie ist mich bin jeffka pastefka ich bin pastefka okay die sind oben das ist auf jeden fall jetzt ganz oben boden wobei der musik bei mir etwa schon über wo ist denn die 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 ich lass ihn reinkommen nice Leute, die waren alle unten Du bist voll, du bist besoffen Oh, da musste ich mal einen ablassen Leute, das war die erste Runde Rainbow Six Siege Das war die erste Runde Rainbow Fick Fick Was? Clan Tarnung rein Hier die Tarnung, die ich jetzt hab Und unseren Talisman müssen wir noch kaufen Den müssen wir noch kaufen Die Tarnung, die ich jetzt hier hab Das ist die Clan Tarnung Kann man ja selber später eben nochmal erkennen Ja, ich weiß, sie kostet irgendwas mit 9000 9000, glaub ich Ja, 9000 Ja, ansonsten musste ich halt erstmal spielen Okay Ich musste ja auch erstmal meine Tarnung erspielen Und Talisman auch Weil Talisman kostet, glaube ich, 6750 Talisman haben wir schon, weißt du Das ist die Ähm Ähm Wing Shester Das ist die Wing Shester Muni Für einen Sniper Das Witzige ist, ich bin jetzt hier in der Luke Also in der Drohne Und ich hör keinen Sound von drin Das ist echt auch mal wieder ein blöder Bug Ja 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 Das ist, nein Gibt gar keine Talisman davon Es gibt nur 308 Es war ja toll Die Diä Von dem Lass mal nach oben gehen Mal nach oben gehen Achtung Ich hör nichts Das ist Kacke Ist da einer? Das ist für Pro-Playing Was ist das? Das ist gut Ich habe keine mehr. Was? Wo ist die Cam? Wo ist die? Wo ist die Cam? Der ist drin irgendwo. Wo ist die Cam? Kann man doch mal einen Applaus... Ich werde mich so sehen. Ich werde mich so sehen. Alles klar, Digga. England. Ja, Proliga, ne? Die müssen ja auch mal locker zocken. Erstens, Frost, ich bin nicht blöd. Fentose, nicht Frost. Äh, Leech, no, 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 no. Thank you. Und dort machen wir, wir haben keinen Mirror, dachte ich. Schade. Dachte ich eben halt, dass wir Mirror hatten. Mach bitte nur drei Wände. Hast du noch eine Wand? Mach mal links von mir. Mach dort mal. Aber mach die Rechte nicht. Und mach nochmal die. Die. Hast keine mehr. Nur die Rechte, nicht das Loch zu machen. Lol. Gucken von oben. Okay, Blackbeard, schon drinne. Blackbeard ist schon drinne, ne? Ich wollte es ja nur sagen, Blackbeard ist schon drinne. Geh mal weg. Geh mal weg. Musik Musik was lol ich wollte nur wissen wo der zu hören ist ja ich weiß ja wo der ist ich weiß wo das ich weiß wo er ist ok er ist da hinten wie auch immer er so schnell nach dort hinten gekommen jetzt ich habe so gedacht wir haben zu dritt geschafft das tier sieht irgendwie geil aus finde ich und damit würde ich sagen wenn Tose macht die abmod wir sehen uns nächste woche am dienstag wieder in einer neuen runde locker und wenn Tose macht er wieder mit wenn es euch gefahren hat dann lasst Mädchen einen abspoden liege da ciao 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 ciao